Hallo, heute erklären wir euch den gemischten Bruch und den unäschten Bruch. Ein gemischter Bruch sieht so aus. Er besteht aus einer großen und einer kleinen und zwei kleinen Zahlen, die durch einen Bruchstrich geteilt sind. Man spricht diesen Bruch jetzt zum Beispiel aus 3, 2, Viertel. Wir haben das mal dargestellt. 3 bedeutet, die große 3 bedeutet, 3 große, nicht geteilte, also 3 ganze Teile. Das haben wir jetzt mal mit 3 Pizzen dargestellt. Und die sind alle durch 4 Teile geteilt, aber wir nehmen von allen Pizzen alle Teile. Und dann gibt es ja noch die 2 Viertel. Und da gibt es ja einfach nochmal eine Pizza. Die ist aber auch durch 4 Teile geteilt, aber wir nehmen nur 2 von diesen 4 Teilen und benutzen diese. So, und das nennt man dann einen gemischten Bruch. Auf geht's. So,